Hallo Leute! Wir haben jetzt besprochen, was wir machen. Und zwar, willst du jetzt ein paar? Das haben wir nicht besprochen. Willst du welche? Nein. Also wir wohnen... Was? Nichts von dir. Wir wohnen zwar nicht zusammen, sind aber nicht verfeindet. Auch. Im nächsten Aufnehmen muss ich die vielleicht ein bisschen lauter machen. Ich weiß gar nicht, sind auf, ähm... Äh, auf... Survivals in der Wand starten. Haben wir schon welche gesehen? Nein. Spawne ich überhaupt einmal schon bei und welche. Okay, sind wir safe. Ja, ich weiß gar nicht, ob da welche spawnen. Da wohnt er. In einem Berg. Da ist der Buschbaum. Er ist ein Teil vom Buschbaum. Jonas ist keins mehr. Doch, aber er... Doch, aber er spielt irgendwie nix. Und... Doch tut er. Ja, Moorhut. Alter, ich hab noch ein halbes Herz. Ja stirb. Nimm ich deine Sachen weg. Ich hab eh noch Diamantschurri bei mir. Ja, dann nehm ich die. Ja, die tu ich jetzt in der Kirchstelle. Danach tötest ich mich wahrscheinlich. Jaaaah! Wuhu! Erwe. Gen. Na, du machen... Na, da machen wir noch einen Sieg, oder? Mal gucken, wenn wir hier spielen, dann ja. Wenn nicht, dann nein. Ich mach! Mach! Ich mach! Ich mach! Ich mach! Ich mach! Ich mach! drauf! Ich mach! Ich mach! Ich mach! Ich mach! Ich mach! was ich mach! Mir auch egal! Na, Pippi Arena, dann nehmen wir nur ein Steiffeld mit! Okay! Aber da werden wir sowas verkacken! Pippi Arena. Oh, da gibt es ein bisschen Pippi Active für euch! er ist die Arme ja es gehen Schnelles an der Nacken das Lächeln hat schon gesagt was muss man geben damit man kommt der Schnellschweinert Nee, oder? Warte. Slash-PV, P-Arena-Join. Das ist halt keine Arena. Dann machen wir eine. Mit Slash-PV. Ich hab keinen Hunger! Du gehst mit dem Arm holen und du bringst ein Brötchen bitte mit mir. Ich will kurz essen. Nicht kurz, sondern du willst essen und bring mir den mit dem Brötchen. Ja. Hm. Naja. Gut, jetzt hab ich doch keine PP-Play-Action für euch. Dafür Miene-Action. Das mögt ihr ja alle, wenn man meint. Ja, ja, das mögt ihr. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Lachen gerade im Hintergrund hört. Das ist mein Bruder. Seht ihr das? Das ist zu duster. Ich weiß gar nicht, ich glaub es ist zu duster. So, hol ich mal hier noch ein bisschen Kohle. Und dann... ...me Fatteln. Kohle, Kohle, die ist cool. Hier ist dein Name. Okay. Oh, da ist Eisen. Oh, Eisen! Ich muss holen! Ich muss holen! Ich sehe wahrscheinlich gar nicht, dass da Eisen ist. Weil ich zu duster ist. Ich weiß gar nicht, weil ich... ... ... ... ... das war ein bisschen knapp wenn ich das so sagen darf für mich ist jetzt ich dachte nur ich noch ein bisschen stein für den Boden und dann ist Gott dann geht die aufnehmen keine Ahnung Es wird ziemlich einfach nicht wahr. Es ist ziemlich einfach. Ach sieht das nicht schön aus. Ich soe mal, damit ihr es besser sieht. Da und wo. Wohin ich muss doch was verbessern. Ja ja ja. Hm, nein. Alles einmal anklicken. Wird man schon das richtige finden. So, jetzt habe ich hier einen Stack. Fackeln. Da fackel ich eine Schlange, ey. So. Ich will sich nochmal was verbessern. Hm. Und dann kommt das weg. Und dann kann ich hier bauen. Ich glaube, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Haut. Slips. 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 So, das war noch ein bisschen hier Slips. und ein bisschen Harfs-Steps. Tropenholzstufen. Okay. Ich. Ich habe gefragt, wer alles in Sovival ist. Ich bin nicht Sovival. Kann das sein? Da bin ich mir nicht so sicher, ob es ein Sovival bin. Da muss ich mal auf Google nachschauen. Ob es ein Mini-Grift Sovival bin. Bei Google weiß er bekanntlich alles. Seht das aus Werbung? So. Dann ist Dach Nummer 1 fertig vorbei. Nein. Ich muss noch irgendwas zu essen. Schnell. Schüssel. Schüssel. Ich brauche Holzkühle. Holzkühle. Muuu. Muuu. Zwei Herzen. Ein Herz. Nein. Ich werde sterben. Das ist auf jeden Fall nicht so dumm. Aus Glück gibt es hier Pilze. So. Guck mal über diesen Berg. Hier dort. Da ist ein Pilzkühle. Kuh. Mach Mut. Tod. Ich bin einfach gestorben. Oh nein. Slashback. Das ist super. Für was gibt es den Befühl Slashback? Für was? Hallo. Für was gibt es den Befühl Slashback? Wieso? Kannst du das erklären? Server? Kannst du das erklären? Server? Server? Ja. Das ist aber so. Wir sollen dir erklären, warum es kein Slashback gibt. Schließt. Login. So. Ist die Aufnahme noch an? Äh. Ich würde sagen, das war's auch mit diesem Part. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Aufnahme schon geht. Darum beende ich lieber mal. Es kommt mir so vor, als ob die schon ziemlich lang geht. Und... Ja, ich muss dir nachher noch eine Geschichte erzählen, Mika. Und tschüss.